Kabarettist, Moderator, Autor, Schauspieler und Musiker. Hannes Ringelstädter ist ein Mann mit vielen Begabungen. Und trotzdem hat er lange auf seinen großen Durchbruch warten müssen. Lange Zeit tingelt er mit seiner Band Schinderhannes und rockiger Mundart Musik durch die Lande. Regelmäßig trat der 49-Jährige in Regensburg auf, bevor er nach München ging. Rückblickend sagt er, es ging halt 20 Jahre lang nichts weiter. In der BR-Serie Hubert und Staller spielt er seit 2011 einen etwas windigen Geschäftsmann. Seit 2016 hat er seine eigene Late-Night-Sendung. 2019 bekam er den Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Musik. Hannes Ringelstädter lebt in München. Doch immer wieder zieht es ihn auch in die Oberpfalz. Seit seiner Studienzeit hängt sein Herz an Regensburg. Anstatt Promi-Partys findet er hier an der Donau die Ruhe. Um einfach mal da zu sitzen und blöd zu schauen. Das findet Ringelstädter nämlich, wer dir viel zu häufig unterschätzt. Herzlich willkommen Kabarettist, Musiker, Moderator, Entertainer Hannes Ringelstädter. Hi, servus, hallo. Ja Hannes, da hocken und blöd schauen. Ich finde auch, das wird völlig unterschätzt. Wie oft nimmst du dir dafür Zeit? Soll ich es machen jetzt? Ich habe es mir auch schon überlegt, aber es wäre natürlich gut für uns, blöd für den Rest irgendwie. Ich muss tatsächlich sagen, dass es mir langsam immer öfter gelingt. Also die Getriebenheit macht manchmal Pause und dann, also erst war es so, dass mir nichts anderes überblieb, als dass ich da sitze und blöd schaue, weil ich fertig war. Aber jetzt mache ich es ganz bewusst manchmal. Sehr gut. Wir freuen uns sehr, dass du heute Abend zu uns gekommen bist. Partys und Galas und Events magst du ja eigentlich gar nicht so, gell? Genau meins. Und deshalb, wo du in München wohnst, da gibt es genügend davon. Woher kommt das? Keine Ahnung. Ich sage mal so, ich glaube, ich habe halt erstens langweilig mich ungern und zum Zweiten mache ich keinen Sekt. Nein, ich meine, also in München ist es echt schlimm. Hier ist es tatsächlich eine schöne Veranstaltung, ich fand die Schwester Jubilater Granate. Absolut. Und es ist eine schöne Veranstaltung, ich war noch nie da in dem Marina Forum, das nach dir benannt ist, glaube ich. Absolut, klar. Und nein, aber ich habe, es gibt wirklich, ich kann es nur jedem sagen, der glaubt, dass er da einen schönen Abend hat. Es gibt nichts langweiligeres als Filmprominenten-Partys in München. Das ist, also erstens mal sieht man selten so viele kreisliche, aufgespritzte Gesichter. Und es ist wirklich, also optisch schon ein Untergang, gesprächstechnisch, das ist ein Totaldesaster, weil alle auch immer so miteinander reden, aber was, du machst so viele Projekte gerade und so. Und dann bin ich raus aus so einem Schmarrn. Das habe ich keinen Bock. Vielleicht kommt da ja auch der Niederbayer wieder durch. Man sagt ja, der genügt sich auch selbst. Ja. 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 Also in dem Fall, auf jeden Fall. Du bist ja aufgewachsen in Straubing und ja, du spielst ja auch so ein bisschen mit dem Niederbayern-Stempel oder der ist oft Teil deiner Programme. Ist das so eine Hassliebe oder was würdest du sagen? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es halt so, je älter dass man wird, umso mehr merkt man halt, wie man ist. Und wie bist du so momentan? Ja, momentan bin ich für meine Verhältnisse aufgeräumt, aber halt so grundgrantig. Also, weißt du, also ich finde halt, das ist das Nächste, was mich an München so stört, ist diese permanente gute Laune. Ich finde, die Niederbayern und die Oberpfälzer haben ein gesundes Verhältnis zum Leben, nämlich dass ein Mann mal ist, ist okay, oft ist es ziemlich scheiße und hin und wieder gibt es halt Highlights und dann haut man halt einen drauf. Das ist halt geil. So finde ich, gehört das Leben. Ja, stimmt schon. Ich mag es ja gerne ein bisschen kaltig. So, insofern kokettiere ich nicht, sondern ich bin halt einfach so. Übrigens, wir haben eine Gemeinsamkeit. Das ist richtig. Ist auch ein Forum nach dir benannt, oder? Nee, aber ich habe ja die Woche in der Sendung gesagt, ich würde gerne die Namensrechte kaufen von der Continental Arena. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht ist heute jemand hier vom Jan, dann können Sie ja nachher... 340 Euro im Monat Dauerauftrag würde ich raushauen. Sehr gut. Für so eine Garage, wo du normalerweise in München eine Garage kriegst. Nein, aber wir waren halt gemeinsam bei TVA, da dachte ich, spielst du. Das stimmt, genau. Und noch was, wir haben beide Germanistik und Geschichte in Regensburg studiert. Ich wurde ja immer damals gefragt, naja, du wirst natürlich Lehrer. Wurdest du das auch gefragt? Na, ich habe ja erst auf Lehramt studiert. Ah, du hast. Deine Eltern sind auch Lehrer. Richtig. Aber? Ich bin gescheitert am sozialen Brennpunkt-Lehrerzimmer. Und habe festgestellt, dass das System und ich keine kompatible Angelegenheit wird. Schüler waren nicht das Problem. Aber wie gesagt, ich habe gleich am ersten oder am zweiten Tag habe ich sofort mich angelegt mit irgendwelchen komischen verkopften Typen irgendwie und so einem komplett Vollgaser-Rektor und dann war es irgendwie rum. Und dann habe ich beschlossen, na, ich lasse euch in Ruhe und ihr mich. Du hast im Zivildienst in der Alten- und Krankenpflege gearbeitet und gesagt, dass das mit die schönste Zeit in deinem Leben war. Na, es war vor allem die wichtigste Zeit. Und es war auch die schönste, weil ich halt von der Schule kam und dann hatte ich eigentlich vor, relativ viel Halligalli zu machen. Und dann habe ich aber diesen Job gemacht, habe zwar trotzdem Halligalli gemacht, aber es hat mein Leben, es hat mein Verhältnis zum Leben und zur Selbstverständlichkeit des Lebens verändert. Und zehre da bis heute davon. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wenn man so eine Zeit gemacht hat, dass einem das bleibt und dass man Gesellschaft anders sieht und dass man Verantwortung übernehmen kann und dass man, wenn es einem gut geht, teilen kann. Und das sind lauter altmodische Begriffe wahrscheinlich, aber ich finde es halt wichtig. Und die Zeit hat mir das gelehrt. Und dann kam die Zeit beim Regionalfernsehen. War das die Zeit, in der dir auch klar wurde, du magst was mit Fernsehen machen oder auf der Bühne? Na, auf der Bühne war relativ früh klar. Das war schon in der Verwandtschaft klar, weil ich habe mich sehr schnell gelangweilt eben bei Familienfesten und habe halt dann die Leute unterhalten. Sehr fragwürdig vermutlich, aber ich habe es halt gemacht. Und dann war mir irgendwie klar, das wird wohl, also vielleicht geht es in die Richtung. Und bei TVA muss ich wirklich sagen, habe ich alles das Handwerk halt gelernt. Und dafür sind so Sender so wichtig und regionale Medien so wichtig, weil du dort wirklich alles lernt und ich war da ja lang und mit schwerer Begeisterung und muss gestehen, dass ich immer noch, ich finde es immer noch geil. Ich habe ja versucht, meine Quellen anzuzapfen, aber keiner hat so richtig rausgelassen mit irgendwelchen zwielichtigen Dingen über dich. Aber ich habe gehört, dass du schon damals in der berühmten TVA-Küche gerne stundenlang die Leute entertaint hast. Also Leute unterhalten, das war es. Also stundenlang habe ich gar keine Zeit gehabt bei diesem Hardcore-Arbeitgeber. Darf ich aber was anderes hören? Das kann schon sein, ja. Wir haben damals, das muss ich auch, eine kurze Message ins Volk. Wir haben damals auch viel mehr getrunken als heute. Ich finde, das ist ein großer Fehler von Unternehmen, dass die Leute mal alle heimgehen und zu irgendwelchen schwindeligen After-Work-Partys gehen, statt in der Firma sich halt gemeinsam zu besaufen, was eine total gesunde Art ist, den Feierabend zu verbringen. Mehr trinken, mehr blöd schauen. Da haben wir schon zwei extrem wichtige Sachen. Hannes, bei dir kam ja der Erfolg auch nicht über Nacht. Nein. Du hast ein Buch geschrieben, Paris, New York, Alt-Eiselfing, auf Ochsentour durch die Provinz. Der Titel sagt eigentlich alles. Gab es Momente, wo du dir mal gedacht hast, ich lasse den ganzen Mist und mache jetzt irgendwie was Gescheits? Das war dich ja jetzt gar nicht böse. Schöner Satz, Marina. Ich bin mit dem Mist. Egal, ich sage jetzt nichts mehr. Kommt immer raus. Du weißt, wie es meint. Wenn ich so viel Zeit habe, würde ich kurz erzählen. Es gab tatsächlich den Moment, das war 2004, da war ich komplett, ich kann es nicht anders formulieren, es tut mir leid für die Menschen, die Stil haben. Ich war komplett am Arsch halt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird alles nichts und es ist rum. Und dann habe ich eine Anzeige gelesen für eine Marketingstelle eines Softwareunternehmens in Ampfing. Dann bin ich da hingefahren und dann bin ich in dem Hof gestanden von diesem Software. Ich meine, ich verstehe von Computer nichts. Ich erinnert. Gar nichts. Und nachdem ich mein Marketingabteil hatte und du musst halt labern, das wird schon irgendwie gehen. Keine Ahnung. Und dann bin ich da auf dem Hof gestanden und hinter dieser Firma ist dieser Fallschirmsprungplatz. Und dann habe ich mir gedacht, na, bevor ich da jetzt reingehe, springe ich lieber und mache da nicht auf. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mama, es tut mir echt leid, ich habe es versucht. Ich bin in Ampfing, aber ich fahre jetzt wieder und schreibe Lütt drüber oder irgendwas. Ich habe es mir oft gedacht, natürlich. Und das war auch nicht immer lustig. Aber ging halt nicht anders. Musik ist ja auch für dich ein ganz großer Part. Ich glaube, erst klassische Musik, dann wolltest du Rockmusiker werden wegen den Wäldern. Was heißt, ich wollte, ich bin. Bist du ja, ja. Entschuldigung. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Das ist meine Kraft. Ich mache nichts lieber und wenn alles andere im Bauchhabe geht, dann das mache ich immer. Man kennt dich von der Bühne, aus dem Fernsehen. Wie schaut denn eigentlich der leise Hannes Ringestädter aus? Wir haben es auch gerade gesehen, dass du dich gerne mal zurückziehst und die Ruhe genießt. Wie stelle ich mir das vor? Leise? Nein, so. Nein, ich bin, ich flack wahnsinnig sexy auf der Couch, finde ich. Ich gehe sehr gerne spazieren und ich gehe in den Schwammerl. Und ansonsten spiele ich Gitarre oder Klavier und schaue wenig fern, außer mich. Aber auch nur, weil ich muss, weil ich dann ständig irgendwelche Besprechungen habe, wo mir irgendwelche BR-Redakteure sagen, wie ich da war und wie die Quote war und wie die Leute das finden. Und dann denke ich mir, das muss ich mir jetzt schon nochmal anschauen, ob das wirklich so ein Schmarrn war. Ich stelle dann fest, ja, sage es aber nicht. Okay. Nächstes Jahr steht für dich ein runder Geburtstag an. Wie schaust du dem entgegen? Naja, also ehrlich gesagt, habe ich überhaupt keinen Bock auf 50 werden. Ich werde am Gardersee sein, werde wie jedes Jahr das Handy ausmachen und werde mich fürchterlich betrinken. Das ist mein fester Vorsatz. Ich habe aber ein Haus gemietet am Gardersee mit einem Zaun, dass ich nicht zuvor... Reinstürze. Nein, voll. Also, soweit habe ich verstanden, dass man im Alter Vorkehrungen gegen sein eigenes Verhalten entwickeln muss. Ja, alles klar. Und das wird bei mir immer schlimmer. Ich muss mich immer mehr schützen. Ja. Vor mir selber. Aber ich habe das Gefühl, je mehr ich mich vor mir selber schütze, umso leichter werde ich erträglich für die anderen. Den Zusammenhang verstehe ich noch nicht. Ich nehme ihn nur wahr. Gut. Ich kann nur sagen, du warst sehr erträglich hier. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Und freue mich später ein bisschen blöd schauen und was trinken vielleicht. Vielen Dank. Sehr gut. Schön, dass du da bist. Hannes Ringestädter. Ciao. Ciao. Ciao.